da muss es ja bequem sein weil die sagen kuschelt mit kira noch mal so willkommen zu einem neuen video auf mleys welt meine lieben mle ist schon oben hier auf dem schrank schaut mal was die macht was macht die springt auf meinen schrank und dann wieder runter genau diese soe-figuren meine lieben hier mit denen kann man ja sehr schöne instagram bilder machen und wir haben sie selber gekauft ist kein werbung und mle macht jetzt da bilder mit den figuren papa auch versucht jetzt fotoshooting zu machen mal schauen was sie da macht ja die stehen nicht so wie du willst gell die können wir auch auspacken und wiegen vielleicht mit der hier so jetzt brauche ich das handy dazu was wissen die ich wusste es oh süß bumi da möchte ich mich verdreht mleys deine haare stehen im weg zeig mal ja wie cool papa schau ja guck jetzt hast du ihn hier mleys der gehört zu der einen da ich weiß was ähm bist du froh zu mit spieger der ist ja cool gordon den will ich eh nicht ja wie sie sich konzentriert ja ohne das handy drauf ja da gibt es acht figuren vier davon haben wir die werde da ja noch sehen im video oh wie hell ich bin abends das sieht voll cool aus ich finde die figuren ganz cool darum habe ich sie auch damals mitgenommen im spielwarenladen da kann man ein bisschen die fantasie walten lassen man muss ein bisschen nach motiven schauen und so weiter und da ihr ja alle da draußen gerne bilder macht und auf instagram postet und musikelle und so weiter fand ich das eine coole idee ich glaube ich stelle jetzt paar figuren mir auch nach ja also ich denke mal es wird auch ein bild davon auf instagram vielleicht kommen ja nicht stories oder so machen wir schon family fan unterstrich mileis welt ja wer es noch nicht kennt jetzt gucken wir mal was sich mileis noch einfallen lässt am popo merkt sie es nicht guck hehehehe mach mal eine halte 50 nein jetzt lass doch mal das ist gut ja genau da rein den Bauch hier rein da ja da süß da muss ich sehr schön bequem sein warte 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 die will gar nicht die fällt da auch so schau guck kiri guck mal in deine sohle man kann natürlich sohle auch selber nachstellen und wir versuchen jetzt die vier vier figuren nachzustellen ja also milee welche nimmst du ich nehme mit dem handy kaffeetasse die macht soo und dann sie hat ihre hand so drauf so 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 macht meine Zoe mit der kaffeetasse so ja könnt hinhauen könnt hinhauen wirklich scharf die Puppe ist natürlich ein bisschen unscharf hier milee macht jetzt hier mit dem Selfie schaut mal ihre Füße an schau mal ihr Mund an das Handy ist aber höher hier das ist ungefähr an der Position hier schau mal ihr Mund an so wie den Mund hat sie passt doch nicht guck mal ihren Mund an passt doch oder und milee schau mal milee mal an ja passt haut hin gut jetzt bin ich dran jetzt bin ich dran ich dran und deine ist ja die einfachste ich mach die jetzt hier guck mal soo also sie hat ihren den Fuß hat sie nach vorne so tanzt so ein bisschen so ja mhm der Mund hat es aber nicht so hin der so komm mach doch mal dein Auge auf und lächeln hallo nein soo so und auch ein Auge ja lass lass sie einfach nochmal anschauen nein das ist auf einmal nochmal was macht sie also die lacht und hat Augen offen also nochmal ja wie kann das nicht nicht so kann ich nicht mach mal nur so geh soo oh 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 dreh 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 schön wow wow zeig oh und das hat Mele jetzt gemacht der Papa ist der kreativste einfach schaut mal wie cool da liegt sie ich hab noch eins gemacht äh äh ups wow das hier oh ja in der Laterne dreh das ist cool sorry also ich finde das wirklich richtig coole Figuren also die auch zum nachzustellen das ist richtig cool und das war's mit dem Video komm lass diesem Video einen Daumen da abonniere nicht vergessen und die Glocke aktivieren zum nächsten Mal tschüss bis